Herzlich willkommen meine Damen und Herren, ich bin gestern nach langer Zeit mal wieder bei Ikea gewesen mit meiner Frau. Wir haben ein Möbelstöckchen gesucht und sind da durch die Küchenabteilung gewandert. Das kann man fast nicht so sagen bei dem Verkehr, bei der Rush Hour, die da war, da ist immer extrem viel los. Wir haben so ein bisschen geguckt, ich habe da mit dieser Marke nicht die besten Erfahrungen gemacht. Ich will nicht sagen, dass die schlecht sind, aber mir geht es immer auf den Keks, was man dann an Schwierigkeiten hat. Aufzubauen, bis das endlich steht und dann stellt man irgendwann fest, so haltbar und dauerhaft ist das ja auch überhaupt nicht. Aber wir haben da geguckt und irgendwann hatte ich den Eindruck, gegenüber früheren Besuchen, die schon eine Weile herliegen, so vier, fünf Jährchen, dass da alles irgendwie kleiner geworden ist. Von der Kommode über die Betten bis hin zu den Schränken gibt es da einen Trend. Vielleicht irre ich mich, aber das ist ja auch subjektiv, dass die Dinge, dass das, was da ausgestellt wird, kleiner wird. Man drängt uns auch unter diesem Aspekt in eine ganz bestimmte Richtung. Und Sie erinnern sich ja, das ist ja auch offen diskutiert worden. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. War möglicherweise Herr Habeck. Ich habe mir auf der Festspeicherplatte abgelegt, dass es ein Grüner war, dass man ja auch nicht unbedingt in Zukunft in Einfamilienhäusern wohnen muss, dass der Wohnraum möglicherweise bewirtschaftet werden muss. Sie alle kennen das Thema. Das ist virulent. Das ist nicht neu. Es kommt aber immer wieder. Und jetzt bei dieser Gelegenheit war es eigentlich ein ziemlich deutlicher Eindruck. Und wir haben ja so Beobachtungen, auch in den vergangenen Wochen, teilweise habe ich das auch im Video gebracht, dass die Ampelkoalition uns weiter in eine ganz bestimmte Richtung dirigiert. In Richtung von immer mehr Abhängigkeit, die wir haben sollen. Erinnern Sie sich, vor ein paar Tagen dieser Vorstoß des Umweltbundesministeriums, kein Holz mehr als Heizstoff. Warum sollen wir kein Holz zum Heizen nutzen? Meine Erklärung dafür ist zumindest ziemlich einfach. Solange wir oder wenn wir kein Holz mehr oder auch kein Holz mehr haben, wächst unsere Abhängigkeit vom Strom. Das heißt, man kann uns über den Strom kontrollieren. Man kann uns über höhere Strompreise beliebig ausnehmen. Wir sind da nicht unabhängig und schon gar nicht autark. Und ich kenne unglaublich viele Freunde, Bekannte, die in diese Richtung gehen wollen, weil sie genau eben diese Politik befürchten. Und wir haben das ja alles. Wir haben den Kampf gegen das Auto und die Mobilität. Wir haben den Mietendeckel. Wir haben viele andere Dinge. Und jetzt, und das fällt mir auch bei der neuesten Diskussion auf, wo dieser Vorstoß gegen das Holz kommt, erinnern Sie sich, die letzten zwei, drei Jahre beim Kampf gegen den Diesel in den deutschen Innenstädten, da hat man gesagt, ja, nicht viel zu große Feinstaubbelastung. Feinstaubbelastung, wir müssen den Diesel da rauskriegen. Und dann hat man hin und wieder auch das Stichwort Feinstaubbelastung genannt. Das war aber nicht sonderlich wichtig. Das hätte natürlich bedeutet, dass der Diesel da nicht der einzige schlimme Finger ist, sozusagen. So, und jetzt kommt das Thema durch ein mögliches Holzverbot wieder rein in die Diskussion. Und jetzt kommen verstärkt, beobachten Sie das mal, Hinweise auf den Reifenabrieb. Ja, das ist, und das hatten baden-württembergische Forscher, ich weiß nicht mehr, welche das waren, kann man aber googeln, vor etwa zwei oder drei Jahren festgestellt, der Reifenabrieb der Autos ist ein ziemlich starker Faktor bei der Feinstaubbelastung. Und das ist ja etwas, was man mit E-Autos auch nicht wegbekommt. Ich drehe es mal andersrum, jetzt wird das Thema Feinstaub wiedergebracht, mit Hinweis auf Reifenabrieb und andere Dinge, und Holz zum Beispiel, damit man die Regulierung wieder weiter verschärfen kann und am Ende die Autos dann endgültig aus den Straßen, aus den Städten verbannt. Das ist alles in eine ganz bestimmte Richtung, die wir schon seit längerem sehen, aber jetzt wird eben ein neues Rad gedreht, jetzt werden nochmal die Pfosten verschoben und es wird nicht das letzte Mal sein.